Die krassesten Arbeiter der Welt! Okay, wir haben eine Kartoffel. Yo, der macht jetzt so Mini-Kartoffelscheiben, oder was? Anscheinend soll was Unerwartetes passieren, was niemand von euch glaubt. Wirklich niemand, nicht ein einziger, weiß anscheinend, was da passieren soll. Für mich sieht das aus, wie wenn der kleine Kartoffelscheiben schneidet, oder? No freaking... Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein Gott! Bro, what? Alter, wie geil sieht diese Frucht aus? Was ist das? Ist das eine Drachenfrucht? Nee, das ist ein Würfel. Alter, lass ein Like, wenn ihr das noch nie gesehen habt. Was? Das sieht voll lecker aus. Was ist das? Wie cool. Okay, Bro. Wieso machen die alle solche komischen Ketten? Hängen die sich das um und essen es dann, oder was? Ihr habt keine Ahnung, Bro. Gurken, frischi Gurken, hab ein Gurken, wollen ein Gurken, lecker schmecken. Okay, die dünste Scheiben der Welt. Bro, lass ein Abo da, wenn diese Arbeiter krank sind. Alter, wirklich, erst mal ernsthaft. Das ist gestört, Bro.